Die klaren Vorteile der Tipmatik kommen insbesondere im leichten Fahrzeugsegment zum Tragen. Werden diese Lkw doch häufig im städtischen und stadtnahen Verkehr eingesetzt. Vor allem hier ist es von großer Bedeutung, dass der Fahrer von der Schaltarbeit entlastet wird. Dies kommt sowohl der Fahrsicherheit als auch der Wirtschaftlichkeit und dem Fahrkomfort zugute. Schließlich erfordert schon das Verkehrsumfeld die volle Aufmerksamkeit des Fahrers. Fehlbedienungen sind aufgrund der ausgefeilten Steuerstruktur überhaupt nicht möglich. Dadurch ist selbst bei häufig wechselnden oder ungeübten Fahrern eine hohe Wirtschaftlichkeit und ein schonender Umgang mit den Antriebsstrangkomponenten, insbesondere der Kupplung, gewährleistet. Kiitos.